Du musst erklären... Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play... Oh, den Halsmaul und... Wir fangen jetzt mit einem neuen Let's Play an. Das nennt sich Feat the Beast. Rachtet mal, wie der Server ist. Jam. Rachtet mal, was er für beschissene Regeln hat. Ja, die sind scheiße beschissen. Und ich werde sie alle brechen, nur um hier rauszufliegen. Cool, oder? So. Erstens, hier eure... Hier zeig ich euch schon mal scheiße Regeln. Cool, wir sind die Einzige, die die Regeln zeigen. Ach ja, es gibt eine neue Regel von Eduard. Ja, hier, hier, Regel 9. Kein Jam. Cool, oder? Ja, das wünsche ich, glaube ich, jeder, der unsere YouTube-Videos guckt und so ein Kram. So, hier ist ein Closedown. Cool, hier ist ein Closedown. Und... Weiß ich nicht. Das ist unser Grundstück von... Ich bin FireSphinx, a.k.a. Adrian A.k.a. Sphinx. Und von Ich bin Unsichtbar. Ja, ich bin Unsichtbar. Das ist... ey! Ja, siehst du? Nein, du kommst hier nicht rein. Das ist mein Grundstück. 15 Minuten Gefängnis. So. Haha, ich habe die Regeln... So, wir fangen ja an. Genau, also. Also, wir fangen jetzt an und so. Ja, du hast mich ausgesperrt. Nö. Ei. Ach, ich war halt. Ja, cool. So. Wie ich so mal so weiß, ist Fietebeast eigentlich nur Kulten hier drin. Attack it in besser. Ja, Attack it, nö. Attack it in schlechter. Hier gibt es ein paar Mods so nicht wie Alarm und so ein Kram. Gibt es hier nicht. Diese komischen Panel gibt es auch nicht. Diese Anzeigen, die gibt es auch nicht. Die wurden alle entfernt. Und dann gibt es hier, ja, hier gibt es diesen komischen Traumcraft-Scheiß, da mit Magie und so. Und wer mal weiß, ich hasse Magie und so einen Scheiß. Überflüssiger Scheiß, der eigentlich überhaupt nichts in Minecraft zu tun haben soll. Du hast schon Fietebeast gespielt? Ich spiele das jetzt zum zweiten Mal. Ja, ich habe niemals Fietebeast gespielt. Ich habe Attack it Classic gespielt. Nein, du hast überhaupt nicht mit Sentry ganz rumgespielt. Ja, die sind lustig. Er hat mich an S4. Und die sind toll. Nein, warum? Du verdammt zur Hölle, das gibt jetzt den Totalen, Chris. Nein, nein, nein. Na, ha, ha. Siehst du, ich habe gewornt. Ich habe Musik. Cool. Wieso ist hier überhaupt eine Ölquelle? Weiß ich nicht. Einfach so. Ich treibe weg. Nein, vergiss mich nicht. Bauchst du dir eine Spitzhacke? Bau dir eine Spitzhacke. Habe ich schon. Ja, und jetzt lass uns eine Höhle suchen. Nicht meinen. Garum Höhle suchen. Okay, wir sind ja keine Lappen. Genau. Wir sind nicht so wie Cem und fahren darauf mit Maßfabrikator. Richtig, wir suchen eine Höhle. Genau. Auch wenn die ganze Folge dauert. Genau. Was? Es gibt immerhin eine Karte. Hör auf mich zu schlagen. Guck mal, ein Minenstock. Tote Minenstock. Ein Schaf. Du bist sterben. Wieso? Das hat doch auch Gefühle. 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 Wir sind ja Listen. Wer? Scheiße, nein. Ich brauche das Zeug. Es ist tot. Ich habe Stein gefunden. Bau Steine ab. Sofort. Ich zwinge dich dazu. Dann brauchst du zwei Scheißspazale. So, du holst. Aber nein, nein, nein. Du hast noch was vergessen zu holen. Du hast die Craftingbox nicht mitgenommen. Doch. Gut, hast du heute nicht? Nein. Wieso? Gib mal kurz. Ach ja, stimmt. Das ist ja nicht die 1.5 und irgendwas anderes. 6. 4. Nein, 1.5.2 plus, weil da kann man ja das... 1.4.7 hier übrigens. Ja, ich weiß. Oh man, wieso könnte man hier nicht einfach Vite Beast mit Hero Brian machen? Das wäre doch viel lustiger. Wer hätte was gegen Hero Brian? Das ist doch lustig. Gibst du Vite Beast mit Hero Brian? Was? Du bist Vite Beast mit Hero Brian? Will ich ja hoffen. Oder lass uns einfach jemand hier so kurz aufs Langeweile die Mod hinzufügen. Ähm, ich hab die Konsole nicht. Scheiße. Dann geht's jam, hau ihn ins Gesicht und sag ihm, ja gib mir Konsole. Ja. Oder 1 gegen 1 und so. Türkensprache. Cool, oder? Türkensprache. Adi? Was? Die Crafting Box. Nö. Alter. Willst du mich verarschen? Steht rollen, Peter. Du zählst mein Countdown viel schneller runter, als er runtergehen soll. Welcher Counter oder Countdown? Mein Death Countdown. Mein Death Countdown. Ich hab noch 5 Herzen. Jedes Mal, wenn du mich schlägst, hab ich ein halbes Herz weniger. Achso. Jetzt sind es 4,5. Das ist. Cool. Dann nimm mir die Crafting Box mit, die du schon mitgenommen hast, und folg mir. Hab nicht mitgenommen, ich hab ein Neu gemacht. Egal, ich bin der Führer und lauf durchs Land. Da, Schaf. Da, ein Höhle. Ui. Das ist ja keine Höhle. Fake-Höhle. Ich hasse dich. Höhle gefunden. Das ist aber keine Fake-Höhle. Warte, ich hol kurz ein Schwert. Genau, du bist hier der Fighter, ich bin hier der Meiner. Ich noch ein Schwert. Nein, du fightest, ich meine. Ein Schwert kommt runtergeflogen. Keine Ahnung, wo es gelandet ist. Oh, es ist hier oben. Höh, wo bist du? Höh? Da bist du, Fetz und Kammer. Das ist auch mal voll komisch. Diese Minimap ist nicht Rise Minimap. Und ist scheiße, erstens. Und die zeigt, wenn man sowas, wenn man hier so, diese Mod hier so auf PvP-Serve oder so installieren würde, als ob das bitte ein bisschen Fairness wäre. Ich kann sofort sehen, wo mein Maid ist. Oder mein Feind. Ist auch scheiße. Ih, was ist das denn? Was? Ist das ein Honig? Pokémon. Was ist das? Kannst du mir das sagen? Warte. Ich kann das nicht, doch, ich kann das abbauen. Oh, ich hab Angst, verdammt. Ich glaube, das explodiert. Ich weiß nicht, warum. Wo? Wo implodiert das? Hier oben, hier wo ich stehe. Du siehst doch meine komischen Ziffern. Oh, auch noch eine Fake-Höhle. Hier, was ist das? Hier ist die, richtig. Hier ist ein Storchhirt. Axt, kann man es nicht abbauen? Das ist ein Bienenstock. Kann ich den abbauen? Nö. Wird flüssig. Okay, wir bauen ihn ab. Okay. In was baut man denn überhaupt ab? Weiß ich nicht. Oh, zu spät. Oh, schade. Ich ab. Was ist das denn für ein Erd? Was ist das? Das ist Amber. Was ist Amber? Kann ich nicht abbauen. Eisenschutz. Copper. Haha, ein Erd, das Sie kennen. Juhu. Ja, und mein Lieblingserd. Ja, und wieso? Hier ist nur Amber drin in dieser Höhle. Wenn mich jemand fragt, ich sehe auch nichts. Was, das Menü sieht voll geil aus. Das haben sie gut gemacht. Das ist schnoffel. Schade. Wenn ich gestorben bin, ja, ich bin aus der Welt gefallen und so. Und... Hättet auch noch verworfen. Ja, Intelligenz gleich wie dran. Ich war doch irgendwo... Du hast... Hier ist Kohle. Ja, Blitzmerke, ich hab schon 14. Ja, dann mach dir doch Fackeln. Hab keine Sticks. Oh, dann komm doch zu mir. Ja, warte. Korst Internet und so. Ich geb dir hier richtig dick, fat Fackeln. Können wir nicht nach Hause gehen? Ja, gerne. Ich sterb. Ach, wir sind ja schon zu Hause. Ich hab'n Realized. Ich seh'n Enderman auf der Karte. Warte mal, das bist ja du. Scheiße. Höh? Doch. Stimmt, auf meiner... Auf der Karte, auf dieser Rise Mini Map ist bei mir ein Enderman. Hä, ich seh' da keine Monster. Hä, auf der Karte seh' ich's doch... Hä, nehmen uns ist ein Skelett irgendwo. Da hinst du, hab ich nur gesagt. Es ist tot. Minimscherbe, uuuuuh. Irgendwo unter uns ist ein Zombie. Und da hinten sind drei Creeper, ach. Hä, wie machst du das bitte an? Ich seh' das von Anfang an. Hä, wird das bei deinem Enderman nicht angezeigt? Neutrale zeigen. Feinde zeigen. Scheiße, ich kann nicht mal sprinten. Rechteckige Karte ist mir lieber. Lage. Natürlich da oben. Die Karte verste... Was bringt das? Cool. Original Note. Ist mir doch egal. Da hinten ist ein Rubberbaum. Ich geh mal halbe Stunde an den Rubberbaum holen. Details, Gelände. Bis später. What the? Junk geht dann. Steuerung. Was, was, was bringt mir das wieder? Kommst du endlich? Warte, ich versuche mich hier so ein bisschen auseinanderzusetzen und so. Ist das auch schwer oder so? Keine Ahnung. Schreib mal, wir sind hier. Nein. Einfach nur, wir sind hier. Nein, unsichtbar. Ja, wir sind unsichtbar, cool. Seit wann hat... Tag, der klaut meinen Text. Du klaust dickfett meinen Text. Boah, auch schon aufgefallen. Das steht ja nicht auch schon auf dem Schild drauf. Und hier ist ein Rubberbaum. Ja, ich tu hydrant und so halt. Und wieso läuft dir das? Was? Warum ist ein Zombie? Es ist gestört. Ich will mal Rubberbaum mitpflanzen. Wieso ein Rubberbaum? Abzubauen. Okay. Uff. Uff. Klatt. Fick dich. Alter. Ist es ja eigentlich schwer, leicht oder mittel? Keine Ahnung, komm. Alter. Wie viele Herzen? Vier. Und ich hab keine Hungerleiste mehr und hab noch dreieinhalb Herzen. Ich hab keine Hungerleiste und ich hab vier Herzen. Verdammt. Ich glaub, wir werden sterben als erstes. Oh ne, wir waren ja nicht die ersten. In einer anderen LP-Folge hat jemand Selbstmord gemacht. Was? Wirklich? Hast du dir angeguckt? Ja. Ich bin im Kreativ-Minus heute in einer Folge gestorben. Was? Was? Ja. Ich war ja im Kreativ gefangen, weil Jam immer so ein Arroganter ist. Und der den Gamebot nicht rausmacht, was er dann nicht denkt. Was ist? Er sagt ja immer Angst und so kreativ. Ich, Atombomben und so ein Kram halt. Ja, normal und so. Und dann geht er auf und nimmt mir mein Kreativ nicht weg. Ich wollte aufnehmen mit Adi und so, deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Natürlich konnten wir aufnehmen, ich konnte dir doch immer wegnehmen. Ja, aber das wusste ich nicht, weil du immer so geizig warst und mir das nie gesagt hast. Alter, willst du nicht mit ein Skelett anlegen, du fette? Achso, stimmt. Das ist ja ein Skelett. Totes Skeletten. Skelett tot. Cool. Mir auch egal, dass es eine Miriamscherbe ist. Ach, können wir bitte so schnell wie möglich nach Damoy? Bin noch dabei. Weil ich hab noch zwei Herzen und hab Essen. Cool. Und so Haus bauen und so. Und hinter dir ist eine Spinne, verdammt nochmal. Was? Hallo Spinne, sie sind tot. Wow, so hast du mir ihn ins Gesicht geschmissen. Cool, da ist noch eine Spinne. Noch eine. Tot den Spinnen. Was ist da hinten für ein riesen fetter Baum? Noch zwei Herzen. Ein halbes. Cool, oder? Ich bin tot. Cool. Run and survive. Das ganze Essen ist in Wasser gelandet, ist klar. Pass aus, sonst wird es gleich nass. Zu schief. Heute gibt's mal Fast Food in Kalt. Wieso kannst du nicht mal Fast Fire in Kalt geben? Ich hab den denn aber nicht mal angeguckt, der greift mich an. Nö, der hackt. Wieso kann ich mich nicht teleportieren? Ich will mich auch teleportieren können. Du wirst erfolgt. Ja, achso, da bist du ja. Haha, du kannst mich hier nicht treffen. Haha, der kann mich nicht treffen. Komm her, ich mach dich kaputt. Huhu. Haha, der kann mich nicht treffen. Ich bin unsichtbar. Ich sag jetzt einmal, who's, who's, und du weißt, was das bedeutet. Nein. Dann sag ich nochmal, who's, who's, und jetzt weißt du's. Ich will jetzt den Enderman kaputt machen. Ja, dann sag ich dir jetzt halt die Folge zu Ende, danke. Achso, cool. Ja, dann glaub ich mich mal hier so mit den Endermen und so ein bisschen. Adrian teleportieren mich, und... Nein, ein bisschen hin. Was ist der Enderman? Nö, der läuft weg von mir. Vibe, komm her. Etwa? Was ist gegen eins? Der, der fühlt sich weggeleportiert, keine Lust mehr. Ich komm jetzt zu dir. Los. So, und nebenbei beende ich die Folge, weil ich keine Lust mehr hab und jetzt alle Menschen vergasen werde. Tschüss.